Leichthaftstreife Ich komme aber auch nicht anwesend. Es ist nicht sehr verneinend. Das ist gar nicht so. Die ganze Komma sind woher. Aber die draußen ist echt cool. Die sind nicht so schön. Ich hab die aufgesucht. Das ist ja richtig auf diese Fragen. Das stimmt. Der Laufplatz ist auch noch... Ich bin jetzt eigentlich keine, die ich so wirklich hatte. Oder so. Das ist doch nicht die ganze Zeit. Oh ja. Boah, geratet aber nicht. Eben frei. U-Bahnhof Oskar-Heleneheim. Ja, die ist da auch noch drin. Doch. Boah. Aber hast du mal... Wir sehen, die sagt, war Marie mit dem Reden. Nee. Geht so gar nicht. Ja. Na voll schlimm. Ja. Und so. Ja. Also noch mal ein Beispiel. Ja. Marie fragt so. Kann ich dein, ähm... Den ja, du hast ja klar. Nee. So, du brauchst nicht dein. Boah. Du kennst dich ja auch schon länger. Also. Ich meinst du also. Sie sind so schwer. Bitte. Möchtest du ja auch schon mal zu sein? Hä? Weil ich echt es nütze mit der Pferd fang. Ne? Kann ich eher zu sein? Ja. Ich kann. Ich bin hier drin, ich bin hier drin Willst du ihn auch ein Stück legen? Oh ja. Gerne. Ich liebe dich. Oh. An die EU-Museo. An die EU-Museo.